Hallo und herzlich willkommen hier bei SexlessiveTV. Mein Chef ist leider unterwegs, deswegen mache ich das Ding jetzt hier ganz kurz alleine. Und neben mir steht die bezaubernde Julie Hunter. Und die Julie Hunter hält einen Award in der Hand, denn sie wurde für den Beste, oder Beste, Darstellerin TV. Genau, hat sie bekommen. Wann war das? Am Donnerstag. Du warst ja auch da. Ich war auch zweimal nominiert, aber du hast sie mir weggeschnappt. Nächstes Jahr. Gut, dankeschön. Hi, so Julie Hunter und Paula Rowe. Oh, das ist ja süß, aber das finde ich ja niedlich von dir. Connective Award. Oh, das ist cool. Das ist cool. Mir ist aufgefallen, du hattest ein wunderschönes Kleid an, also wir haben leider keine Bilder. Es war so apricotfarben, lang, und du hattest deine Haare unglaublich schön. Dankeschön. Und ich weiß auch, wer das gemacht hat, also deine Haare und dein Make-up, das war die Jessica Krause. Genau, ja. Genau, und die habe ich... Von der Hauptstadt-Maske? Irgendwie so, ja. Ja, genau. Und die hat das wunderbar bezaubernd gemacht. Danke, das werde ich weitergeben. Ich habe ihr das schon gesagt. Okay, ja, dann... Dann können wir ja nochmal... Jessica, wir grüßen dich, du machst das wirklich ganz toll. Jessica, du bist die Beste. So, Julie, also die Venus 2013 war für dich sehr erfolgreich? Ja, total. Hat mir auch echt viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es nächstes Jahr ähnlich gut wird. Kannst du denn nochmal sagen, was machst du denn oder wie sind deine weiteren Projekte? Was machst du demnächst? Wo sieht man dich? Also, man sieht mich ja auf verschiedenen Beate-Use-TV-Formaten, genauso wie auf Sport1-Formaten. Und ja, schauen wir mal, was noch so geht. Ich habe ja jetzt den Exklusivvertrag bei Beate-Use-TV und Blue Movie und da wird sicherlich noch einiges kommen. Wahrscheinlich auch mit dir zusammen. Oh, das ist ja süß. Was ich nochmal fragen wollte, kann man nicht buchen für Shows oder wie kann man irgendwie mit dir in Kontakt treten, wenn jetzt, sag jetzt mal, jetzt guckt irgendeinem Produzent zu und der sagt, Mensch, die will ich irgendwie mal haben. Wo findet man das? Wo sind deine Kontakte? Also jetzt nicht die Handynummer, aber eine E-Mail-Adresse. Also meine Adresse und mein richtiger Name. Diep! Nein, also man klickt einfach auf meine Homepage und dann kann man dort seine Kontaktdaten eingeben und es kommt dann, wird dann weitergeleitet an mich und dann wird selektiert. Sehr gut, sehr gut. Also Julie, möchtest du noch irgendwas sagen? Ich habe euch lieb und möchte mich bei all meinen Fans dafür bedanken und auch bei dir für die gute Zusammenarbeit die letzten Jahre. Ey, danke, das finde ich auf jeden Fall ziemlich fett. Vielen Dank an Julie Hunter, das ist wirklich süß und wir wünschen euch noch weiter viel Erfolg mit allem, was ihr hier noch seht. Wir gehen natürlich noch weiter und wir interviewen die ganzen heißen Leute hier, Frauen wie Männer. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.